Regionale Nachrichten in 100 Sekunden, präsentiert von der aargauischen Kantonalbank, Ottos Sportautlet Hoftringen, Möbelberger Hoftringen und der HR Moor Sennhof Garage in Rotrist. Grüezi miteinander aus dem Newsroom vom Zofiger Tagplatz. 100 Sekunden Kurznachrichten aus der Region im Überblick. Seitdem der Strengelbacher Gemeinderat die Wiese beim Schulhaus Neumann als Standort für einen Pumptrack vorgeschlagen hat, sind die Anwohner dort besorgt. Jetzt haben sich die Anwohner und der Gemeinderat getroffen, doch viele Sorgen bleiben. Wir befürchten Lärm, Abfall und zusätzlichen Verkehr. Am Sonntag wählen die meisten Gemeinden im Bezirk ihre Gemeinderäte neu. Besonders spannend wird der Wahlkrimi in Zofigen. Gewählt wird eine neue Stadtamme oder eine neue Frau Stadtamme. Ab 2 Uhr am Nachmittag berichtet ZT live auf zofigertagblatt.ch über die Wahlergebnisse im Bezirk. Im Studio beim ZT-Chefredaktor Philipp Pfister ist unter anderem der neue Stadtamme. Oder, falls es zu einem zweiten Wahlkampf kommt, alle drei Kandidierenden. Also Christiane Gouillère, Dominik Grisch und Peter Sigrist. Mehrere Dutzende Gegner der Corona-Massnahmen haben sich am Donnerstag in Weisau zu einer nicht bewilligten Kundgebung treffen. Die Luzerner Polizei konnte den Aufmarsch verhindern. Rund 60 Personen sind kontrolliert und weggewiesen worden. Der Grundwasserverband Weigertal feiert dieses Jahr sein 50er Geburtstag. Zu diesem Anlass gibt er eine kleine Festschrift heraus, die zurückgeschaut auf die Geschichte und die Entstehung. Im Interview mit dem ZT sagen Rolf Walser, Präsident des Verbandes, und Paul Marbach, Geschäftsführer des Verbandes, wieso die Wasserversorgung im Weigertal steht und welche Herausforderungen auf den Verband warten. Mehr zu diesem Thema und weitere News aus der Region geht es in den druckten Ausgaben des ZT und auf zofigertagblatt.ch. Ade miteinander. Informiert in 100 Sekunden. Aktuelle, regionale Nachrichten direkt aus dem ZT Newsroom ist Ihnen präsentiert worden von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Möbelberger, der Einrichtungsspezialist in Oftrigen für Möbel, Bettware und Vorhänge. Ottos mit dem Sportautlet in Oftrigen, grosse Marken zum kleinen Preis und der HR-Mohr Senhof Garage in Rotrist. Ihre Fortvertretung kompetent und sympathisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017